Ich weiß nicht, ob du bist bei der Sonne irgendwo? Ja. Wow! Ich bin mehr oder weniger auch irgendwo an der Sonne. Ah, eben hab ich dich wieder im Radar. Vielleicht war ich zu weit weg. Da ist er. Und ich komm mal Richtung Sonne geflogen. Vielleicht bin ich ein bisschen weiter weg. Ich seh dich nicht mehr auf der gerade Sonne. Ja, vielleicht bin ich ja weiter weg. Ah ne, das ist der Wojtek, ach stimmt. Keine Ahnung, ich seh euch grad auch nicht, bin ich ehrlich. Das synchronisieren in dem Spiel ist halt manchmal nicht so dolle, hab ich gemerkt. Hier geht's um die Sonne herum. Ich hab ne Strong Signals rausgefunden. Keine Ahnung, ich flieg grad weg. Ich geh jetzt mal an die Sonne. Da noch irgendwie separate Instanzierungen? Ne, ne? Hm. Oder irgendwie ne... Na, nicht da ich wüsste. Eigentlich. Den gut hundert sie mich ja gerade auch. Hm. Weiß ich, ob ich jetzt gar nicht seh, scheiße. Da gibt's aber zwei Sonne, vielleicht sind wir auch bei der anderen Sonne rausgefunden. Gibt's hier zwei? Ich glaub, das eine ist auch nochmal was, oder? Und hier gibt's glaub ich wirklich zwei. Chumunda B. Bist du Chumunda A oder B? Kann ich dir jetzt nicht sagen, weil mir... Wie viel links steht's eigentlich? Oder? Weltraum Rebels Chumunda A. Ah, da bin ich auch, okay. Hm. Komische Scheiße. Wie kann ich nochmal in der Nähe von so'ner Signals Haus raus? Anfliegen so viel an dem Planeten. Kannst du mal anfliegen. Wie können sie kämpfen, reminded ich mir, haben Sie auch noch mal an? Hier gibt es noch kein Nächster Warte ich geh mal wieder in den Supercruise Brauch ich jetzt auch Da kommt grad was Da kommt einiges Ich save Disengagers mal die schießen Sanel wie kannst du zu uns? Ja Das ist die andere Frage Alter Alter ich glaube nicht dass ich hier kämpfen will gell? Ach was Seid ihr denn in so ne Signature oder was? Ja Alter Sanel die nehmen mich auseinander Ja ich würd ja gerne kommen aber ich seh euch nicht Dann kann ich auch nicht kommen Was soll ich machen? Chamunda A Ich bin bei Chamunda A Noll Eject 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 Das Schiff ist versichert und du kannst jetzt auswählen ob du deine komplette Konfiguration wieder zurück kaufen willst oder irgendwie Ah Wieder auf Standard und so Aber ich denke mal Ja genau Aber ich denke mal du wirst genug Geld haben um alles normal zu kaufen Ja kostet nur 4000 und rein Ah ne Doch 550 Okay die waren zu krass keine Ahnung ich kam nicht mal weg Ja ich kam am Ende auch nicht mehr weg Auf einmal war mein Schild weg und zack war eject eject Was waren das für Schiffe? Ehm Ich hab's jetzt gar nicht gesehen Ehm Irgendwas dickes Ja Waren sie überhaupt gesucht? Oh das waren keine Ahnung 10 Stück Ich weiß es noch Was? Wir sind Kanister angeflogen und plötzlich alles war da Oh man War brutal alle Haha Ich verpasse wieder das Beste Ich will da eigentlich nicht nochmal hin Haha Na jetzt sind wir wieder Therabov Na komm mal nochmal rüber wir müssen ja hier den Typ töten Eigentlich Ja ich glaube das war vielleicht auch Meinst du? Ach Wie heißt denn der? Ehm Warte Yen Rav No Mis Okay Und da ist er ja der Michi Oh ich komme immer auf Ich will immer Shoot mit Shift machen Dann kommt immer das scheiß Commander Monster Fenster da Schon wieder Allah So jetzt Frameshift Drive Charging Hitler Maslok preventing F 5 3 2 1 Engage Boah, eben hat es geruckelt Ich springe jetzt wieder zu Chamunda Ja, Sonnel ist immer noch nicht da Gut, vielleicht ist er jetzt schon ein bisschen weiter weg von der Sonne Ich bin jetzt gerade in einer Instanz drin Aber ich sehe mich jetzt auch nicht mehr Aber ich sehe mich jetzt auch nicht mehr Bist du angekommen? Ja, ich mache halt eine neue Gruppe auf Ich weiß nicht warum er mich nicht sieht Keine Ahnung Ich habe das gestern noch nicht gehabt Dass man einen nicht sieht Wir müssen halt nochmal die Gruppe auflösen Dann kann hier jemand anderes einladen Vielleicht sehen wir uns ja dann Dann geht es doch gleich rein Francis Taylor, nein das ist keiner Ja, oder? Ja, dann braucht ihr das. Ah, bei mir verlässt er noch den Wing. Ah, stimmt. Der ist bei dir auch noch oben? Ja. Ich bin schon draußen, komischerweise. Bei mir steht nur Geschwader wird. Ja. Jetzt müsste es gehen bei mir. Ich habe einen In-Wide. Options. Options. Stable voice comms. Könnt ihr jetzt meinen NAV Beacon annehmen? Ich habe ein Ding, habe einen markiert, deswegen. Was hätten wir jetzt überhaupt? Ich bin hier in Chamunda. Ja, ich bin immer noch da an der Sonne, aber ich sehe keinen von euch. Nee, das auch nicht. Aber guckt mal, ob ihr an meinen Punkt springen könnt, den ich markiert habe. Wie kann ich das angucken, was du anguckst? Ich gehe auf die zwei. Oh, jetzt werde ich abgeholt. Äh, rausgeholt. Ich gehe auf die zwei, dann auf die Friends, dann auf Commander Beutek oder wie hier auch immer heißt. Engage, Wingman, NAV, Lock. Ja, dann habe ich dich oben im Ziel und das Ziel ist rot, dass du nicht in der Nähe bist. Ja, aber hast du nicht irgendwo was markiert? Hast du jetzt nicht unten dein Ding, dein Ziel? Nee. Das ist nur, wenn ich dir irgendwo hinterher springen will oder so, weißt du? Normalerweise, wenn du in irgendeine Instanz hier reingehst, also in irgendeine Signalquelle, dann wird es blau markiert, so wie der Spieler auch auf der Map, wo du dann hinfliegen kannst und dann ist es praktisch so ein kleines Viereck oder was, wo du dann reinjumpen kannst. Nee. Ist, weil ich meine, ich fliege jetzt nochmal zu Chamunda A. Keine Ahnung, warum man sich nicht sieht. Bin ich ehrlich. Vielleicht sind einfach zu viele Spieler hier oder was? Äh, das wäre ja Bescheid. Ich springe jetzt einfach mal in so eine Signal-Source, vielleicht ändert sich was. Das müsste doch auch in den Signal-Sources gehen, oder? Ja, wenn du in so eine Signal-Source springst, dann müsste ich das sehen hier auf der Karte. Ich springe am besten irgendwo in der Nähe von der Sonne in so eine... Äh, weiß nicht, wo ich bin. Ja, okay, dann gehe ich mal zurück zur Sonne. Als allererstes. Das ist eine starke Signalquelle. Du bist auf A? Ja. Wie gerade auf A. Wie gerade auf A vorbei. Lass uns doch einfach mal alle bei der Navigationsquelle da treffen. Navigations-Signal. Ja, Munda A. Nee. Ja, Navigations-Signal da. Das sehe ich, da habe ich im Moment noch... Ja, wenn ich aus dem Fight bin, komme ich dann auch. Ah, okay. Siehst du es? Und da A... Nee, 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 noch nicht. Siehst du das Navigations-Lock nicht? Ich würde sagen, ich bin verdammt weit weg von A. Du musst es essen. Ding gewinnen. Target Shields online. Nav Beacon. Navs. Boah, ey. Kann man da aus dem Hyperspace raus? Beim Not Beacon? Normalerweise müssen wir doch auch jetzt den Jason sehen. Wo er kämpft. Ja. Theoretisch, ja. Theoretisch müssten wir das alles sehen, aber irgendwie sehen wir es nicht. Ja, das. Fuck, ich bin wieder voll... ...über hinausgeschossen. Target Shields offline. Fuck. Komm, stirb langsam, ey. Scan detected. ist da im Nive-Log irgendjemand schon drin? kaum gerade jetzt muss ich da sein also wo seid ihr dann jetzt? Frameshift Drive Charging beim Navigationsding Type 9 Boggy Fan ist hier ich sehe hier kein also ich sehe schon andere Dinge andere NPC Schiffe und so aber nichts von euch da hinten wird gekämpft seh ich gerade flieg mal hin dann lass mal kurz zurück in das andere Ding fliegen fertig anderes System ja ähm ähm welches hat sie halt das Yuko Parabellin gesagt? Galaxi Map Jakar Bugay, oder? ja das ist das ist das ist das ist Genau. Wow! Der eine hat 200 Kopfgeld gehabt. Oh, ich bin in. Und hier ist auch wer. Der Kapukai. Ich bin da, ja. Vielleicht sollten wir nicht so über den Nuffling springen. Ich glaube, vielleicht ist es doch nicht so toll. Oh, ich bin rausgeholt. Hilf mir! Oh, ich komme. Geil. Jetzt mal hier. Warum sehe ich euch nicht? Ich kriege jetzt die Krise, echt. Ich krieg deinen Punkt nicht rein, Mann. Hä? Geh einfach mal neu ins Spiel rein. Vielleicht stimmt da fast was. Das kommt mir auch so vor, ey. Ich bin dein Plan. Punkt nicht. Ah, da. Ah, okay. Ja, dann warte ich noch kurz. Ich glaube, das ist in uns leider, oder? Gehe ich schon mal in weit? Ja, musst du mich ihm machen. Scan detected. Ähm, ja. Ich bin bald raus. Jetzt habe ich so ein Dreieck auf. Das kann ich anvisieren. Da fliege ich jetzt hin. Das bringe ich da automatisch raus. Wenn du mich als, äh, Dings, äh, Dings gemacht hast, ja. Als was? Als, als Nav Link. Nav Link, immer raus. Oh Gott. Nee, ich sehe euch nicht. Ja, da ist er. Aufschieß drauf, dann kann ich drauf ballern. Ich will jetzt wissen, was ist. Ich google das jetzt. Der Lela, ne? Ja, der Lela. Lela ist immer das, was ich dann angreife. Also, was deine Partner angreifen. Der Lela ist ganz slow. Kriegen wir wahrscheinlich eh nicht viel. Hast du schon lange gegriffen, ja, oder? Ja. Okay, gut. Vielleicht bin fast hin. Ja. Alter, wo ist er denn jetzt? Direkt vor mir. Stierp! Ich bleib doch mal kurz A jetzt. Ah, ja, immerhin. Meine Multigun. Können wir ja gleich mal abliefern. Ich habe noch ein anderes. Wo fliegst du denn hin? Cannot comply. Äh, Beusknot, wo soll man hin? Kurz zur Station. Vielleicht treffen wir da Sarnel. Ja, können wir mal machen. Weil, um ehrlich zu sein, habe ich Sarnel heute noch gar nicht gesehen. Doch, an der Barsch. Ja, wir sind ja. Ready to engage. 4, 3, 2, 1, engage. Welche? Die, wieder die Separaf-Dings da. Bitte? Ja, die Separaf-Station. Ja. Okay. Wo ist sie denn? Ich fahr grad auf, sie ist zu. Oh, ich bin wieder viel zu schnell. Uhhh! Gut mir land Bist ein paar Lichtjahre vorbeigerauscht, oder? Ja, ein bisschen. Jetzt rauscht euch ja nicht wieder vorbei. Sieht gut aus, ja. Oh Gott, ey! Wo ist er denn hin? Der war noch Station. Ich seh' ihn, Sanel. Wie du siehst mich. Kannst mich gar nicht sehen. Aber doch, könnte es theoretisch schon... Also das beim Chase mit dem Nuffling klappt gut. Ich muss nichts drücken. Ich muss einfach nur in seine blauen Kästchen fliegen. Bei mir steht auch oben vor euren Namen ein Kreis durchgestrichen, wie... Packverbot. Ja, ohne Scheiß. Wie so ein Packverbotschild steht vorne dran. Äh, das ist, weil wir die Dings aushaben. Oben in der Liste, oder? Oben. Das ist, weil wir den Ton aushaben. Ach so. Warte, ich mach's mal kurz an, sonst siehst du's. Haken wir mal in der Station. Zack, jetzt ist es anguckt. Oder? Ja. Äh, was? In der Station parken, ja. Bremse schon seit gefühlten 5 Minuten. Trotzdem fliege ich vorbei. Ich will da noch mein Kopfgeld abgeben, hier. Machen wir das hier? Ja, ich glaub das war der hier. Gott bin ich bald da. All power to engines. Ah, wo ist der 14 dahinten? Hat wohl was mit dem Pierzip zu tun, irgendwie. Mit dem was? Das ist, dem Pier to Pier. Okay. Pier to Pier. Irgendwie Probleme macht, keine Ahnung. Andere Spieler zu sehen und sowas. Ah, da siehst du auch andere. Haken wir weg. Alter. Hier erstmal einer rauchen. Stell mich grad an, wie... Das ist das sehr gut, wie der eine rauchen hat. Ach, jetzt auch gleich. Ich rauch aber nicht. Tja. Dann geh shoppen. Geh shoppen. Konfigurier dein Schiff. Hol dir einen runter dabei. Keine Ahnung. Träum von deiner Anaconda. Wenn ihr mir zuhört. Ich würde die gleiche Mission wie vorhin. Ich bin verarscht. Oh Kopfgeld, 10.000. Yay. Was hab ich denn vor Missionen jetzt? Ah, noch weniger als vorhin. Achso, ich kann euch mal zwei Seiten schicken. Auf der einen Seite. Seht ihr die ganzen Waffen und so, die es ins Spiel gibt. Und Schiffe. Wo ihr dann hinfliegen müsst. Seht's kaufen. Also, ich bin dafür, bevor wir uns Waffen suchen, sollten wir erstmal uns suchen. Ich werfe dich mal kurz aus der Gruppe. Du bist doch gar nicht mehr online, oder? Doch, du bist bei mir online. Doch, ich bin online. Aber warte mal, ich verlasse mal kurz die Gruppe. Ach, ich kann dich gar nicht rauswerfen. Du musst selber verlassen. Wie geil ist das denn? Was ist denn bitte ein Geschwadersignal? Was weiß ich? Wo hast du das? Bei Optionen. Das war nämlich gerade deaktiviert. Ja, das ist es vielleicht. Ein Able Wing Bacon. Nein, hab ich auch raus. Oh ja, Mann. Ah, das ist wenn du in der Instanz drin bist, glaube ich, ist es das. Ja, aber das war bei mir auch raus. Das war beim Jason bestimmt auch raus. Ist bestimmt bei ihm auch raus. Ja, aber wir haben uns ja vorhin gesehen. Ja, ich hab dir ja die Nachricht bekommen. Also, es ging... Wenn ich mal kurz raus sehe. Geht ihr mich, wenn ich es aktiviere? Äh, warte, ich geh mal raus. Friend and Group Management. Bestärkkontrolle. Ich bin in der Station drin. Ah, äh. Ich tue das. Irgendeinen blauen Punkt oder so? Nein, das ist Void Tech. Nein, kein blauer Punkt. Das ist aber der Michi. Ja, ich verlasse mal kurz. Ich hab euch jetzt in Hauptmenülen weitet. Keine Ahnung, was das bedeutet. Geh mal in der Raum. Ja. Chasen, da oben fliegt er. Ach, nein. Ach ja. Ist der aber auch in der Kontaktliste drin? Der ist auch grad offline, oder? Äh, ich weiß nicht, ist er nicht schon wieder drin? Vielleicht sollte er mal sein Hamachi ausmachen. Echt? Kann es daran liegen? Ähm. Ja, ja. Viele Programme nehmen sich aus, das sind die falsche IP. Lol.